Musik Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir haben hier die Toxic Kiss 19 Schuss von Leslie Feuerwerk. Es ist eine Pyromult-Batterie, dementsprechend auch sehr schwer. Ich würde jetzt behaupten so 1,5 Kilometer. Was gibt es dazu zu sagen? Vom Effekt her kenne ich die so noch nicht. Effekte sehen hinten ziemlich rot aus. Wir haben eine LDM von 305 Gramm. Komm mal rein. Wenn ihr noch mal schauen möchtet. Und ja, gekauft wurde sie beim Fressmann 2022 für 9,99. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme sie mal mit zum Testen und auch für euch zum Testen. Denn würde ich die jetzt so online sehen, würde ich die, denke ich mal, nicht mitnehmen. Ich sage es euch, wie es ist. Also Freunde, bis gleich draußen. Zur Zündung. So Freunde, der Toxic Kiss. Gab es ja beim Fressmann für 10 Euro. Schauen wir uns mal. Schauen wir uns mal. 10 Euro Leute, nehmt die euch mit. Ich sage es euch, Pyromult ist top. Ich sage es euch, 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 ich Vielen Dank.